Hallo liebe Jungfrauen, willkommen bei Januar Daru. Ich habe hier Karten auf dem Tisch für den Zeitraum Mitte bis Ende Februar 2024. Bisschen was habe ich schon vorgelegt, es folgen noch weitere Karten. Links ist für Jungfrau, rechts für das Gegenüber. Und denkt bitte immer daran, es ist eine allgemeine Legung kann und wird hier nicht auf jeden Einzelnen zutreffen. Ja, ich starte hier mit dieser Orakelkarte. Staubteufel, Befreiung aus der Stagnation. Ja, Mitte Nummer 15. Die 15 steht ja für die Teufelskarte im Tarot. Teufelskarte ist halt eine Abhängigkeit, eine Hörigkeit, Macht- und Ohnmachtstrukturen, auch niedrige Lüste. Also sich für etwas interessieren oder für etwas hingeben, was einem eigentlich schadet oder in einer Stagnation festhält. Ja, weil der Teufel ist für mich auch eine Art von Stagnation. Man ist da sozusagen an etwas gekettet, man klammert sich oder auch selbst an etwas und bemerkt gar nicht, wie viel anderes Schönes es noch gibt oder Wichtiges zu tun drumherum. Man ist so fixiert auf etwas oder jemanden. Und hier geht es, glaube ich, darum, sich davon zu befreien, weil die Quersumme ist auch die Sechs. Ja, ich sehe hier auch die Sechste Arcana, Sechs der Stäbe. Das ist so Durchbruch, Erfolg, Weiterkommen. Ja, je nachdem, welcher Bereich hier bei euch angezeigt ist. Das kann auch einfach nur irgendeine Reinigung sein, dass man etwas entstaubt, etwas befreit. Ja, irgendwo Ordnung schafft. So. Kommen wir zu den Tarotkarten. Die Legung startet hier mit dem Ritter der Kelche. Und hier haben wir acht der Kelche umgekehrt. Es sind zwei Kelchkarten. Da geht es um Gefühle, Emotionen. Es geht auch um Herzenswünsche. Mit dem Ritter der Kelche macht man sich auf den Weg zu jemandem oder möchte etwas umsetzen, weil man es einfach vom Gefühl her so möchte, weil man sich da wohlfühlt, weil einem etwas gefällt oder man sich irgendwo hingezogen fühlt. Acht der Kelche ist eigentlich, wenn wir die Karte aufrecht betrachten, ist das so dieses Loslassen. Das ist so der Abschied. Man stellt fest, okay, ich habe da lange Zeit mich an etwas festgehalten, was früher mal schön war. Und jetzt merke ich bei acht der Kelche, dass mich das nicht mehr so richtig erfüllt. Füllen, ja, Gläser füllen. Wir haben hier auch diese Kelche, die ja gefüllt werden können. Wasser steht ja für Gefühl. Und ja, wie gesagt, bei acht der Kelche hat sich da irgendetwas ausgereizt. Irgendwas passt nicht mehr so richtig. Man hat das Gefühl, okay, es ist irgendwie nicht mehr dasselbe. Die Karte ist aber umgekehrt gekommen. Und hier könnte, ja, ich muss hier noch weiter klären, bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also entweder könnte es sich hier um eine Reaktivierung von etwas handeln, was man eigentlich hätte loslassen sollen, wo man schon länger eigentlich weiß, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dass das einfach vorbei ist, dass es nicht mehr passt. Das muss nicht die Liebe betreffen. Das kann auch ein Hobby sein oder einfach irgendeine Tätigkeit, irgendeine Routine, die man sehr gerne gemacht hat. Und hier entschließt man sich dazu, dass man das eben noch nicht loslässt, dass man da noch einen Versuch startet. Hier die hohe Priesterin ist ja die Ratgeberin im Innern. Sie führt so die intuitive Wahrnehmung. Die hohe Priesterin spricht zu einem. Und das ist sehr, da muss man für offen sein, ja. Im Innern sehe ich schon, dass du weißt, was passt und was nicht passt, was eigentlich nicht mehr funktioniert. Du weißt das eigentlich. Die Frage ist, was machst du damit? Weil hier sechs der Stäbe ist so, ich probiere es nochmal. Ich gehe das Ganze jetzt an. Ich werde dieses Mal siegen. Die Karte ist aber umgekehrt gekommen. Ja, also hier könnte so eine latente Tendenz angezeigt sein, dass man an etwas festhält, was eigentlich nicht mehr passt, was losgelassen werden möchte. Und man macht hier so den nächsten Versuch, da nochmal in diese Richtung etwas zu bewegen. Hier auf der anderen Seite, beim Gegenüber, haben wir drei große Arcana. Da ist sehr viel los bei diesen Menschen, sehr viel im Umbruch, in der Veränderung. Rat des Schicksals und hier der Stern ist umgekehrt gekommen. Ja, wie gesagt, große Veränderung. Dieser Mensch möchte hier eine Vorwärtsbewegung machen, will eine Veränderung, eine grundlegende Veränderung in seinem, ihrem Leben umsetzen. Nun ist der Stern hier auch umgekehrt gekommen. Es klappt irgendwie nicht so richtig, ja. Es hakt. Irgendwas will hier nicht so richtig funktionieren. Wir haben hier fünf der Münzen. Das ist hier die erste Münzkarte beim Gegenüber. Natürlich können die Münzen auch fürs Finanzielle stehen, generell für Ressourcen und Stabilität. Bei fünf der Münzen ist das halt nicht gegeben. Jemand hat hier vielleicht Geldprobleme oder generell Schwierigkeiten, hier in seinem, ihren Leben eine gewisse Struktur aufrecht zu erhalten. Vielleicht auch eine Kontinuität, eine Sicherheit. Jemand fühlt sich hier nicht so richtig sicher. Hier mit der Weltkarte, ja, ist jemand dabei, hier diesen gewissen Abschnitt, diesen Prozess zu beenden. Jemand möchte, dass das hier aufhört, dass das hier nicht mehr diesen Menschen beschäftigt. Ja, also hier möchte jemand etwas komplett auf Null setzen und neu durchstarten. Am besten in Glanz und Gloria mit der Stabilität, mit der Sicherheit, mit den Finanzen, die dieser Mensch benötigt. Aber ich kläre das jetzt mal. Es ist mir wirklich noch viel zu, viel zu diffus hier, diese Karten. So, schauen wir mal. Auch Entschuldigung, wenn es von draußen Geräusche gibt. Ja, das Müllauto ist wieder da. So, der Tod. Ritter der Schwerter. Neun der Münzen, fünfte Münzen. Naja, also du hast hier irgendwas mit diesen fünf Münzen zu tun. Das ist hier etwas, was euch beide angeht, was euch beide tangiert. Nochmals hier der Stern. Der Mond. Sechste Stäbe hier nochmals. Ja, beim Gegenüber. Diesmal aufrecht. So, und neun der Kältchen. Was ich ganz interessant finde, hier ist ja schon die Todeskarte gefallen. Und die steht ja dafür, dass man etwas loslassen muss, loslassen sollte, um vorwärts zu gehen, weil irgendwas hier nicht mehr so richtig funktioniert. Man hält sich dran auf, man verspendet da Zeit, Energie und ist blockiert. Ja, dieses Festhalten an irgendwelcher Nostalgie oder an alten Sachen, die nicht mehr so richtig funktionieren. Interessant finde ich ja auch hier, es sind die gleichen Karten gefallen. Bei dir und auch beim Gegenüber. Sechste Stäbe, fünfte Münzen, fünfte Münzen, sechste Stäbe, nur spiegelverkehrt und bei dir sind diese sechs Stäbe auch umgekehrt gekommen. Ich habe den Eindruck, dass du hier mit diesem Ritter der Schwerter irgendwas nicht akzeptieren möchtest oder kannst. Hier sehe ich sowas wie ein Vorgehen aus Trotz. Neunte Münzen ist so, ich gucke, dass es mir gut geht. Ich mache jetzt mal eine Zeit lang mein Ding alleine. Ich kümmere mich um mich selbst, ordne hier meine Sachen, strukturiere hier meine Finanzen, dies und das und damit bin ich dann erfolgreicher. Damit komme ich hier an mein Ziel. Aber fünfte Münzen hier als Endkarte zeigt mir an, dass dich das eben nicht vorwärts bringt. Es ist eher so, dass dich dieses Verhalten oder dieses Denkmuster in der Stagnation hält. Bei manchen habe ich hier den Eindruck, dass sich einige Jungfrauen gezielt zurücknehmen oder Ressourcen zurückhalten, Zeit zurückhalten, Geld zurückhalten, um hier das Gegenüber zu etwas zu bewegen. Was, denke ich mal, leider nicht funktionieren wird. Deswegen hier nochmal der Hinweis mit der Todeskarte und mit Acht, der Kelche, lass es los. Ja, hier müsste eine Wandlung stattfinden, aber das geht halt nur, wenn du davon ablässt. Hier auf der anderen Seite diese ersten vier Karten, also unglaublich viele große Arcane hier beim Gegenüber und ich habe das schon seit Monaten bei den Jungfraulegungen, dass die Jungfrau mit jemandem zu tun hat, der sich unglaublich verändert oder wo sich das Leben des Gegenübers grundlegend verändert und dadurch verändert sich auch dieser Mensch vom Verhalten, vom Temperament, von seinen Bedürfnissen her und das könnte hier so ein Knackpunkt sein, was den Jungfrauen schwerfällt, das so von außen wahrzunehmen, das zu verstehen, sich da rein zu versetzen, was eigentlich beim Gegenüber passiert. Zweimal die Sternenkarte, dieser Mensch hat große Ziele, große Wünsche, hat hier einen Traum, ein Ziel vor Augen, möchte unbedingt in seinem ihren Leben vorwärts kommen, vielleicht eine ganz große Sache hier nach vorne boxen. Ich sehe, dass es momentan diesen Menschen noch nichts gelingt. Hier die Mondkarte, es sind Ängste bei diesen Menschen, dieser Mensch kennt den Weg noch nicht so genau, den er sie beschreiten möchte. und das ist auch der Grund und das habe ich seit Monaten bei den Jungfraulegungen, dass sich hier das Gegenüber bedeckt hält beziehungsweise zurückhält. Ist hier unglaublich viel mit sich selbst beschäftigt. Will hier aus diesem Mangel rauskommen, hier sechs der Stäbe, durch gewisse Aktivitäten. Dieser Mensch ist hier sehr aktiv, diesen Missstand, sage ich mal, zu beheben, diesen Mangel zu blockieren, diesen Mangel aufzulösen. Auch die Weltkarte zeigt an, dieser Mensch sagt, mit irgendwas muss hier Schluss sein, irgendwas nervt mich, ich brauche hier wirklich eine totale Veränderung, um mich wieder wohl zu fühlen. Neun der Kelche hier zum Schluss. Ja, also, falls du jetzt dich angesprochen fühlst, was ich gesagt habe, ja, dass du probierst hier durch irgendeinen Rückzug, durch eine Rücknahme von irgendwelchen Ressourcen dann gegenüber zu einer Handlung, zu einer Bewegung zu bekommen, wird hier nicht funktionieren. Hier bei Neun der Kelche, ja, hat dieser Mensch hier genug Möglichkeiten, um sich selber zu füttern, emotionell. Ja, Neun der Kelche kann auch so eine bequeme Einstellung sein. Ja, mir geht es gut, ich habe ja alles, was ich brauche, ich bin satt. Ich gucke mal, wie das hier weiterlaufen könnte. Todeskarte auf die Todeskarte ist ein besonderer Hinweis, dass das wichtig ist. Rat des Schicksals. Zehn der Kelche, Zweite Münzen, Neun der Schwerter, die Gerechtigkeit, die Liebenden und der Hierophant. Ja, zweimal die Todeskarte, ich sage es ja, es geht um dieses Loslassen. Ich habe das schon seit Monaten bei den Jungfrauen in den Legungen drin, dieses, ich warte ab, ja, also vor der Todeskarte haben wir die gehängten Karte und die gehängten Karte zeigt an, dass man sich in der Stagnation befindet und auf etwas wartet und wartet und sich davon abhängig macht, wie der andere reagiert, was der andere macht, wie es dem anderen geht. Und das ist etwas, was du eben loslassen möchtest. Diese Abhängigkeit davon, was beim anderen passiert, was der andere tut oder auch nicht. Weil ich sehe hier beim Gegenüber jemanden, der extrem stark mit seinem, ihrem Leben beschäftigt ist, und dich vielleicht deswegen vernachlässigt, eure Verbindung, ja, und wenn du das tust, hier mit der Todeskarte, kommt dann das Rad des Schicksals und Zehn der Kelche. Zehn der Kelche ist so dieses Glücklichsein, ich bin glücklich, ja, das Erkennen, ich habe ja extrem viel, was mich bereichert, was mich glücklich macht, ich bin gar nicht abhängig von niemandem anderen. das, was ich habe, ist genug. Ja, auch wenn du sagst, ich bin ja aber alleine, ich habe kaum Freunde oder meine Familie wohnt weit weg, ich habe keine Kinder, immer nur alleine, das macht mich nicht glücklich. Aber Zehn der Kelche zeigt an, doch, du hast hier, ja, und wenn es auch nur irgendein Talent von dir ist oder ein besonderes Hobby, vielleicht pflegst du ja Blumen oder hast einen kleinen Garten, also irgendetwas ist ja da, was du vielleicht bisher nicht wirklich wahrgenommen hast, was unglaublich viel Glück in deinem Leben zaubert. Wenn du da hinschaust, ja, wenn du es erkennen möchtest und wenn du das machst, aber wirklich auch vom Inneren, nicht nur so tust, ja, ich ziehe mich jetzt mal zurück und dann wird der andere schon merken, sondern, na, wenn du das wirklich auch im Inneren so fühlst, dass du das nicht brauchst, dann kommt hier die große Veränderung, weil dann sehe ich hier beim Gegenüber neun der Schwerter. Das Gegenüber wird dann irgendwann feststellen, wenn das Gegenüber keinen Zugriff mehr auf dich hat, so nach dem Motto, ich schnipse oder ich rufe an und die Jungfrau springt, wenn ich mal Zeit habe, ja, weil hier haben wir noch mit neun der Kelche so eine gewisse Selbstzufriedenheit, Selbstgefälligkeit, ich bin ja satt, ich habe ja genug, ich bin mit mir zufrieden, und ich habe jetzt nicht so die Zeit, um mich hier mit der Jungfrau zu beschäftigen, aber wenn du da wirklich rausgehst und bei dir mal guckst und dich selber mit dir beschäftigst und da dein Glück suchst, dann wird das Gegenüber Verlustängste verspüren, wird dann, ja, anfangen nachzudenken und hier mit der Gerechtigkeit sehe ich schon großes Bedauern, großes Bedauern und auch Verlustängste hier beim Gegenüber, und dann wird hier das Gegenüber auch mit den Liebenden, mit den Hierophanten, eure Verbindung ganz anders betrachten und wieder den Wert eurer Verbindung wirklich erkennen, wirklich erkennen und dann wird sich dieser Mensch auch mehr Mühe geben in Zukunft und mehr auf dich achten, wie es dir geht, was du brauchst, ja, aber erst dann, wenn du hier komplett losgelassen hast, liebe Jungfrauen. ja, ich wünsche euch an dieser Stelle eine schöne Zeit, ist nur eine Zwei-Wochen-Legung, ja, mal schauen, wie es im März weitergeht, ja, alles Liebe für euch, ganz viel Gesundheit, Glück und Erfolg, macht's gut, tschüss!